jo leute was geht da bis zum sami wieder auf meinem kanal heute machen wir neue herausragungen legen deren auftrag wochenein phase 6 von 6 und zwar platziere spionagen sonden drei stück 30.000 xp und in diesem video zeige ich euch die besten orten die nebeneinander sind leute ihr seht es hier der erste ort ist einmal hier der ort ziehend einmal drei hier ich sag mal hier also der erste ort ist hier der zweite ort ist hier auf diesen bergipfel keine ahnung dann geht ihr die straße entlang geht hier zack und dann ist hier noch einer also 1 2 und 3 dass die das ist halt am nächsten für euch dann könnt ihr schnell schnell abschließen und steht einfach sagen sie uns gleich wenn wir in einer runde sind bis gleich leute ja leute hier sind wir schon eine runde und das ganze ist auf jeden fall nehmen ist die meadows also hier ist mit die meadows rechts davon direkt auf diesen berg hier hier gibt es so eine hütte da gibt es so lichter also disco hütte gedänt dann einfach rechts davon dann seht ihr hier also hier auf diesen berg hier oder gibt es doch egal hier hier ist dann der erste spionage also so sieht es aus einfach rangehen interagieren dann seid ihr halt hier dann ist hier langer weg also einfach runter gehen so einfach laufen dann einfach runter hier zack so und das leiden dann auf diesen kleinen berg da dann ist hier die zweite spionage einfach hier so hier einmal rangehen interagieren leute also reingehen wie gesagt interagieren da habt ihr schon zwei von drei leute geht ihr hier aus hier ist dann die straße leute hier zack einfach hier weiter gehen geradeaus aber hier zack 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 geht aber hier hier ist der stein und neben den stein ist direkt das dritte spionage einfach rangehen interagieren dann habt ihr schon drei von drei habt ihr auch wie gesagt die also abgeschlossen leute ja so einfach leute hier das hier davon drei habt ihr auch wie gesagt ja so abgeschlossen ich hoffe ihr seht das golf und gefallen leute lasst gerne leute abonniert gerne mein kanal das glück das kennen das mal verpasst und steht einfach sagen das war es für ein video und ciao haut rein bis zum nächsten mal leute tschüss